servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute noch mal mit einem kleinen handwerksvideo mehr oder weniger zumindest wie ihr noch schneller an gute gecraftete handwerks items rankommt ich hatte unter der woche ja ein video gemacht dass ihr beim kill von raza geth beziehungsweise mit der nötigen quest von alex strazer die bekommt ihr oben auf dem sitz der aspekte wie ihr darüber einen funken bekommen könnt und das ding knallt letzten endes egal was ihr euch herstellen lassen wollt eine urzeitliche infusion ist es das ding knallt euch sachen auf bis zu item level 405 durchs craften gibt es eben über jene quest beim ersten kill von raza geth wenn ihr die quest habt und anschließend noch über verschiedene ruf fraktionen da oder über die gesamten ruf fraktionen wenn wir zum beispiel gucken beim bald raken abkommen gibt es das ding am ende auf ruhm stufe 30 und ich glaube bei den anderen fraktionen wahrscheinlich auch auf der maximal stufe ja so sieht es nämlich aus also das dauert ein bisschen vor allem wenn ihr das ruf haben so konsequent ignoriert wie ich aber nichts desto trotz gibt es noch weitere möglichkeiten an diese uhr infusionen ranzukommen egal ob ihr rated oder ob ihr mythisch plus macht bei pvp bin ich ehrlich ich möchte jetzt nichts falsches erzählen weiß ich nicht ob es da genauso funktioniert aber ihr bekommt ja für hochstufige inhalte einmal urzeitliches chaos also im mythisch plus gibt es die dinger im raid ich glaube sogar in der m0 gab es zumindest 1 wenn ich mich recht entsinne und dann droppt bei den raid bossen dieses item hier ur focus und genauso droppt davon 1 im mythisch plus ich glaube mindestens ab stufe 10 ich meine es ist nicht sofort instant also es muss schon in dem bereich um plus minus 10 sein kommt ja auch 1 mit raus und ihr seht kombiniert zehn uhr fokus mit 100 uhr zeitlichem chaos um eine urzeitliche infusion zu erschaffen und da ich in den letzten tagen relativ viel mythisch plus gelaufen bin und wir auch im raid ziemlich gut unterwegs waren ging es relativ easy da mir eine zweite urzeitliche infusion zu machen wodurch ich mir mein nächstes item habe craften lassen dann gürtel auf 402 hatte jetzt leider niemand an der hand der es auf 405 kann erst ab mittwoch und wenn die zwei tage dann lasse ich halt um craften und fertig ist die laube das ist jetzt auch nicht das große problem und auf diese weise muss ich tatsächlich sagen ich war ja anfangs sehr sehr skeptisch von diesem neuen berufssystem und ich ignoriere es für mich persönlich selber auch weitestgehend immer noch weil ich keine lust habe die arbeit da rein zu stecken meine berufe zu maximieren aber das schöne ist ich muss es gar nicht weil wenn das andere auch haben profitiere ich halt trotzdem von dem neuen berufssystem ja ich weiß es ist sehr opportunistisch aber trotzdem in dem fall man hat ja dann trotzdem mats auf der tasche oder kauft sie sich zusammen und man kann dann halt trotzdem mit diesen urzeitlichen infusionen was anfangen auch wenn ich mir selber nicht wirklich was kraften kann also das gefällt mir ziemlich gut und dadurch dass man die items dann auch re craften kann und es dann die items auch für mythic dann gibt und so weiter und so fort lohnt sich das berufssystem teilweise echt ich bin überrascht aber ich glaube blizzard hat es geschafft das ding zum oder sagen wir mal so im 17 anlauf wirklich mal halbwegs relevant hinzubekommen mal gucken ob das am ende auch so bleibt i don't know aber für den moment bin ich guter dinge sagen wir es mal so einzige ist halt was euch dann letzten endes noch davon abhalten könnte diese sachen zu kraften sind die kosten wenn ihr euch den krams nicht selber fahren dass ich glaube für den gürtel habe ich jetzt auch weil nicht 20 30k oder so hingelegt für die halskette war es noch mehr da muss ich mir noch den epic gem craften lassen da hatte ich hatte ich bisher vergessen es ist man könnte es auch selber farben es ist zum glück nicht ganz so teuer wie das legendary system von shadowlands aber es ist auch wieder ein kleiner gold sink wenn man durchaus zu faul zum farmen ist aber gut damit dank fürs zusehen ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen